hallo zusammen da sind wir wieder in no rest for the wicked die schmiede der serie probieren wir unser glück wir sind jetzt stufe 30 und die waffe ist hochgerüstet auf maximum also zumindest das kleber das nummer von auftrag gehabt hin und das da das könnte ich noch aber die ist fertig mutter könnte man noch früste und so ich habe immer noch die ringe zum aufbauen können denn nicht der ist alle zum aufbauen aber der ring der beweglichkeit nichts besser als kuno und ich ehrlich bin so alter probieren was mal es gibt da jetzt habe ich es gab erfahrungspunkte gibt es keine mehr dabei ist bei 30 schluss und wie man gesehen hat ist die ritter des wiederhalts ganz schöne pokern das habe ich dort einer der der wenigen versuche wo ich bis runter geschafft habe ich bin allerdings öfters runtergefallen abgestürzt wie eigentlich durch die gegner starbe so erst die hexe doch okay das wird geklappt wenn ich uns einmal herz nehmen wir mal mit was man kriege können oder so krabbensuppe ja gut warum da kann er ja nichts mehr sammeln dann deine tanschens da müssen wir hoch es scheint da irgendwie habe ich den eindruck alles zufalls generiert das ist aber jetzt das erste mal dass das geklappt hat trockener bienenstock das habe ich auch noch nicht gehabt hier gibt es aber schon ein bisschen aber wie gesagt erfahrungspunkte gibt es keine mehr gut wir sind noch im early access vielleicht kommt es noch müssen jetzt mein docker bienenstock was skaliert er was wie bumm ach kurz wer was ist das glaube also wer sich für glaube entschieden hat der ist hier eindeutig im vorteil meiner meinung nach die meiste waffen skalieren auf glaube und stärke auch unglaube oder so aber komisch dann hat mich ein bisschen an wie ist der baum noch das schon statt in einer seiner versteckte wand war mit einer frau ich weiß jetzt nicht mehr wie das geht so das gebiet wir sollten vielleicht einmal gleichgewichts violen und daher jetzt mit focus das könnte man bringt doch ein bisschen was und das sind gleich zwei von denn auch gut nehmen wir dreh dich rumkumpelt bevor die zeit um ist drei oder fällt jetzt nur noch die hexa ja man kann man daraus irgendwo war die muss weg ich habe das falsche fuhr da drin oder so dass das weg getreten wo ist er dann dahinter wir haben keine ausdauer vorhin das wird heftig musste hohen ich muss doch was anderes neu machen ach gute scheiße ich habe das falsche futter ne da kommt er her ok da lebt nicht mehr muss denn da auch noch keine Ahnung wow 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 kommt da geht nicht da auch nicht ne muss den weg euch halten kommt noch einer neu man fällt da ein bisschen auf jetzt Olga wow den habe ich gar nicht gesehen oder die weg weg Achtung ach scheiße ich war zu nah ja da ja mal darum die ganze zeit macht er da einer auf dicke mulli und dann aber noch einer da haben wir noch irgendwas und ausdauer 60 sekunde freunde also da muss schon das ist mir doch zu schwach das ist genau so scheiße da gut 50 ist auch nicht besser habe ich nicht nix scheites hundert das war zu viel das war 100 ok kommt habe ich gar nicht ausgerüstet das habe ich ernst genommen und nicht ausgerüstet jedes mal drücke ich die falsche taste das andere hexe es gibt keine erfahrung der kennt schnell wie chef haben wir da ja vielleicht kommt es noch wenn es alle access vorbei ist aber wo sie hoffen habe ich nicht mit dir auch alle nur runder falle hat das mit einer fackeln da was ist denn jetzt geht nicht auf oder was das ist auch noch nicht hundertprozentig final ne denke ich wohl und ab hier gefälle hier in einem gebiet aber fehlte noch fehlte noch einer oder was ist denn jetzt noch einer dort ist können nicht neu da kommst du mir hoch irgendeiner versteckt hin oder was das bleibt jetzt nichts übrig nur noch endlich mal halt über die klamotten für die rüstung praktisch ne so dort geht es ja noch und noch ober ja du musst noch wahrscheinlich einer oder zwei oder drei rumhänge mit er händisch monge und noch eine truhe kommen wenn man dort sind machen wir so und wenn wir das zeigt mit was man tragen können aber mit und wenn irgendwann schluss ist und dann schmeißen was der voraus irgendwas halten so muss gucken ob man kommt in der kunde jetzt kommt der wasserfall mal gucken wieviel das dort sind der ist auch schon ins wassergefallen oder ist auch sofort tot das war nicht schlecht auch ich habe keine bombe warte mal da bin ich gefallen ich musste schlüssel haben genug ja fehlt aber immer noch einige sind immer ein wurf geschossen doch jetzt bombe habe ich und dann habe ich 20 ja ich nehme mal die bombe weil die tante kann da schwierigkeiten machen da ich konnte nicht ich kann nur die markierer von der kunde aus wird da geht nicht weit genug her von sprung schlag wenn man liebste ja kommt nicht her so achtung jetzt haben wir natürlich die arschkarte gezogen alle neu mit der weg mit der liegt achtung da ist nämlich hermerer der kämmerer ich nehme jetzt die die splitter bombe da habe ich noch 20 also insgesamt 24 da kommt das schon ja komm her ich werde wieder auf den fokus ja du dreck so ein mieser kerl tomatenbiscuit bis noch einer was der treibt jetzt hängt er wieder auf den fisch na gut na ja oh das war heftig solcher dings ist es ohje 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 ausdauer reicht grad so da ist noch eine kiste die nehme ich noch mit wenn wir schon dort sind ja gut jetzt kann dafür was das dauer und kopf ist das lichtende erfahrungsflasche erfahrungspunkte flasche ja das jetzt kriegste wo ich ja gut die meiste gehen nicht auf stufe 11 oder 12 oder 10 und nicht auf stufe 30 und die können das dann nutzen so halt wo sind wir hier achten kann man da runter fallen ach ne hermer da bin ich glaube ich im letzten video ausgestiegen stelle weiter haben wir dann als kanton ne aber ok weißt du wie gesagt wir sind ja noch im early dingsbums so jetzt bisschen aufpassen der hexe da das ist auch bisschen kribbelig da oh scheiße herr umteleportiererei du das ist grässlich wirklich wahr aber also das ist ähm kann man den apple gleich verwenden ja kommt neu mit egal was oh je herr der camera ja der solcher schon fünf mugs hat und noch einer ok viel mehr also nicht mehr waren also kein weniger aber manche wo steht als auch noch ein schwertfighter ne im krieg auch das aber so was sind wir jetzt ach mein lieblingsgebiet das und noch eins oje oje warte mal konnte ich noch was was schnabulieren was kleines der kartoffel vielleicht wir brauchen gleichgewicht nicht egal boah ok so die tante da oben und hier steht da noch warte mal aber den kriege ich mal mit dem sprungschlag aber ich muss die tante weg da der bloß nicht aufmerksam war dann können wir verwischen oh halt oh scheiße da gibt es das ach jetzt ist natürlich alles beim teibel her schätten wir uns mal so schön mit dem sprungschlag machen können aber jetzt ist es vorbei hallo ich bin an der säule nicht vorbeigommen fuck ja nix brauchst nicht brauchst nix essen brauchst gar nicht noch einer hopp ewig solritterrüstung habe ich auch schon ein paar verkauft wow ich bin schon wieder nebendrauf gesprungen hätte ich gehen du kannst nicht durch die durch springen ja dann geh halt vorne vorbei ach komm ich hab die schnauze so voll leer ich kann das nicht na du hast die falsche waffe oje das war jetzt mal ein fehler ich komm nicht an dem vorbei her ich komm nicht vorbei ich kann nicht vorbei rollen und nix her blieb mir nichts anderes übrig jetzt sind die böhmchen wir haben jetzt halt die nochmal neue ich hab 20 stück hoffentlich reichend ach gute leid wo kommt der jetzt her super warte mal da liegt aber geht nicht ich kann da nicht hoch wer sagt denn das kommt und da kommt aber auch keiner runter oder dass sich mal bewegt oder sowas also das in der loch läuft oder was zumindest eine gewisse gewisse Zeit oder gewisse ein gewisser abstand ne der bleibt da oben ne und kamen komm her nicht oh das war knapp meine oje oje bin ich auch schon gestorben aber ich glaub von der ersten geht's die zweite ist schlimm halt auch von der zweite runterfallen und dann bist du tot und dann ist das Eller gelung was drum licken das sieht mich vorsichtig okay wir haben noch mal ein paar einige was ist es macht dass du nicht ich hab da nicht markiert ich weiß auch nicht warum dass ich sie nicht markiert haben ach gönne da kommen die kartoffeln mit die kunst klar ist jetzt ist sie jetzt noch da über Nicht? No. Was? war es noch nicht das war es noch nicht da muss noch mal irgendwo jemand rumhängen also gut jeder hat so soll also das kann ich nicht verstehe teleportiert dann immer du schlagst dann ruf und falsch dann runter oder wäsch noch von ihr durch das feuer runter gestoßen das gleichgewicht das ist anders noch nicht gleichgewicht man wesentlich ja gut du musst aber erstmal gelegenheit kriege die konnte um die eck schießen nützen das ich wenn ich irgendwann muss ich ja mal drauf schlag teleportiert er weg und genug haben also das ist man schon das ist doch hoch haben wir noch eine kartoffel irgendwo okay wo sind wir jetzt genau der mit dem tischtennisschläger oder mit dem tennisschläger da ist nicht noch ein buch was kein blatt okay moment das haben wir klar wegwerfen was ist das grimmiger ring aha dann habe ich auch noch nicht gehabt was haben wir noch irgendwas dabei und das brauche dann wenn man das mitten des falschen cent spoten und geduld ein handwaffe ja mit weiter mit weiter fleisch ja das kann ich ja ja muss weg in dem mit oh Aha, alter und der klubft. Ja, was kann man denn nennen? Ah wieder Glaube, 100%. Na ja, Stärke und Glaube. Wenn man das vorher weiß, ist es okay, aber wenn nicht, ich habe jetzt schon 25 Minuten, also, ach du Scheiße, oh ja, das ist auch mal da, oje, oje, oje. Das habe ich am liebsten. Ich habe jetzt wieder die drin markiert, obwohl ich der Meinung bin, ich werde nicht in der Richtung steuern. Scheiße, da her. Ich will die nicht markieren. Hallo, wo ist denn mein... Achtung! Ich habe es gar nicht ausgerüstet. Ich habe es falsch ausgerüstet. Anstatt ausgerüstet habe ich es genommen. Der Zimpel, der ist im vorherigen Gebiet alles auch schon aufgetaucht. Was? Ach komm, er! Ach komm! Das war knapp. Oh je, war das knapp. Nicht genug Platz. Jo, ich brauche den Scheißen. Noch eine Kartoffel-Show oder so irgendwas. Pils geht an. Ich weiß, ich war jetzt so oft da und trotzdem weiß ich nicht, wie viele es eben nicht sind. Ich hätte mal mitzählen müssen, eine Strichliste oder sowas. Das sind wir. Ah, das ist fertig. Da ist der Boss. Also, was heißt der Boss? Doch, das ist der Boss der... Wie heißt er? Wallander? Willen die? Weil, was? Ich habe natürlich keine Einhandwaffe, ne? Ich habe keine aufgerüstet. Ich hätte besser auch Einhandwaffe noch. Da hätte ich nämlich das Schild nicht mehr können. Ich habe nicht das da. Pawe ist ja das Widerstand. Oder das auch wegen mir eins von deiner zwei. Okay, Freunde, ich probiere es jetzt nur so. Ich nehme Gleichgewicht neu. Und vielleicht Fokus. Große Gleichgewichtsviolen. 60 Sekunden. Kleine konnte ich, ne? Und Ausdauer vielleicht, ne? Da ist man einfach zu schnell. Ich komme überhaupt nicht mit, was der macht, so. Ich habe bestimmt schade, kriegt er ohne Ende. Mich macht kein Schade bei ihm. Das war's schön heute, ja. Weder das wieder halt, also, das... Also, ohne Schild wüsste ich doch nicht, was ich machen soll. Ja, für mich ist das jetzt erledigt. Ich konnte nichts mehr machen, ich konnte nichts mehr kaufen. Und, äh... Also, keine Häuser mehr und... Alles aufgerüstet und was weiß ich. Für mich ist das jetzt erledigt. Ich mache da jetzt Schluss, ne? Und muss sehen, wenn die Early Access Phase zu Ende ist. Vielleicht... Gibt es was Neues oder so. Ich weiß es nicht, ne? War's das. Macht's gut, bis dann!